Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Janice Höber-Filz von Rhythm One. Ich möchte euch in dem Tutorial die Body Percussion Begleitung zu Ludwig van Beethovens Komposition Deutscher Tanz vorstellen und euch einladen mitzumachen. Richard Filz und ich, wir haben uns für diese Komposition entschieden, weil sie einen sehr kindlichen Charakter hat und weil sie mit ihren vier kurzen Teilen sehr überschaubar ist, was für die musikalische Arbeit mit Kindern nicht unwichtig ist. Der deutsche Tanz besteht aus insgesamt vier Teilen. Wir nennen sie A, B, C und D. Der A-Teil geht so. Wir starten mit dem sehr leichten Anfang des A-Teils. Beethoven Klatsch Beethoven Klatsch Beethoven Klatsch Beethoven Klatsch Weiter geht es mit einer Kreisbewegung, die beide Hände gleichzeitig ausführen. Wir starten oben auf den Brustkorb, gehen dann zum linken Oberschenkel und schließlich zum rechten Oberschenkel. Beethoven Klatsch Rechtsher um, rechtsher um, rechtsher um, rechtsher um, Klatsch Rechtsher um, rechtsher um, rechtsher um, Klatsch Wir fügen beide Teile zusammen. Das Stück steht im Dreivierteltakt. Beethoven Klatsch 1, 2 und los Beethoven Klatsch Beethoven Klatsch Rechtsher um, rechtsher um, rechtsher um, Klatsch Beethoven Klatsch Beethoven Klatsch Rechts her, um, rechts her, um, rechts her, um, klatsch. Weiter geht es mit dem B-Teil. Der B-Teil geht so. Wir starten mit dem Anfang des B-Teils. Rechte Hand, linke Hand. Rechte Hand, linke Hand. Der Merktext unterstützt das Hand-zu-Hand-Spiel. Wenn ich rechte Hand sage, patscht die rechte Hand auf den Handrücken der linken Hand. Und wenn ich linke Hand spreche, patscht die linke Hand auf den Handrücken der rechten Hand. Rechte Hand, linke Hand. Rechte Hand, linke Hand. Rechte Hand, linke Hand. Es folgt der Abschnitt mit dem sehr attraktiven Butterfly. Für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, der Butterfly geht so. Es handelt sich dabei um eine Patsch-Klatsch-Folge. Zuerst schlagen die Hände auf die Oberarme. Anschließend schlägt Handrücken gegen Handrücken. Und zum Schluss wird wieder auf die Oberarme gepatscht. Das Ganze erinnert an die Flügelschläge eines Schmetterlings. Und das Ganze ist eingebettet in eine Aufsteh- und Sitzaktion. Auf, zwei, drei, Butterfly. Sitz, zwei, drei, Patsch. Auf, zwei, drei, Butterfly. Sitz, zwei, drei, Patsch. Wir fügen wieder die beiden Abschnitte zusammen. Eins, zwei und los. Rechte Hand, linke Hand. Rechte Hand, linke Hand. Auf, zwei, drei, Butterfly. Sitz, zwei, drei, Patsch. Rechte Hand, linke Hand. Rechte Hand, linke Hand. Auf, zwei, drei, Butterfly. Sitz, zwei, drei, Patsch. Die Grundidee dieser Body-Percussion-Klangfolge stammt aus dem Rechts-Links-Walzer. Und der geht so. Mein Hurt, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hurt. Und hält er nicht drei Ecken. Dann hat er nicht mein Hurt. Weiter geht es mit Teil C. Teil C beginnt ebenfalls mit einer Kreisbewegung nach rechts. Allerdings wird diese nur mit der rechten Hand gespielt. Die linke Hand bleibt auf dem linken Oberschenkel liegen. Rechts her, rum, rechts her, rum. Wir starten wieder auf den Brustkorb. Anschließend patschen wir auf den Handrücken der linken Hand. Und zum Schluss auf den rechten Oberschenkel. Rechts her, rum, rechts her, rum. Weiter geht es mit einer kleinen Herausforderung. Einer Punktierung. Auf das Bein. Auf das Bein. Auf das Bein. Auf das Bein. Wir fügen wieder beides zusammen. Eins, zwei und los. Rechts her, rum, rechts her, rum. Auf das Bein. Auf das Bein. Rechts her, rum, rechts her, rum. Auf das Bein. Patsch! Rechts her, rum, rechts her, rum. Auf das Bein. Auf das Bein. Rechts her, rum, rechts her, rum. Auf das Bein. Patsch! Fehlt nur noch der D-Teil. Der D-Teil beginnt mit dieser Klangfolge. Mit einem Patscher auf den Brustkorb. Gefolgt von einem Schnipser. Und einem Rückenklatscher. Kurz. Russ. Schnips. Rücken. Brust, Schnips, Rücken. Brust, Schnips, Rücken. Brust, Schnips, Rücken. Die Klangfolge geht weiter mit der bereits bekannten Punktierung. Auf das Bein. Auf das Bein. Auf das Bein. Auf das Bein. Wir fügen die beiden Takte zusammen. Eins, zwei und los. Brust, Brust, Schnips, Rück auf das Bein. Brust, Schnips, Rück auf das Bein. Weiter geht es mit der beidhändigen Kreisbewegung, die wir bereits aus dem A-Teil kennen. Rechts her, rum, rechts her, rum, rechts her, rum. Brust, Schnips, Rück auf das Bein. Wir fügen die beiden Abschnitte zusammen. Eins, zwei und los. Brust, Schnips, Rück auf das Bein. Brust, Schnips, Rück auf das Bein. Rechts her, rum, rechts her, rum, rechts her, rum. Das waren die vier Teile, aus denen die Bodypercussion-Begleitung besteht. Und jetzt fügen wir alles zusammen. Wir starten mit dem A-Teil, gefolgt vom B-, C- und D-Teil. Die vier Teile werden hintereinander gespielt und jeweils einmal wiederholt. Zum Schluss erklingt dann einmal der A-Teil und schließlich der B-Teil. Eins, zwei und los. B-Hofen-Klatsch. B-Hofen-Klatsch. Rechts her, rum, rechts her, rum, rechts her, rum. Klatsch. B-Hofen-Klatsch. B-Hofen-Klatsch. Rechts her, rum, rechts her, rum, rechts her, rum, Klatsch. Rechte Hand, linke Hand. Rechte Hand, linke Hand. B-Hofen-Klatsch. Zwei, drei, B-Hofen-Klatsch. B-Hofen-Klatsch. Sitz, zwei, drei, Patsch. Rechte Hand, linke Hand. Rechte Hand, linke Hand. Auf, zwei, drei, Bata, gleich. Sitz, zwei, drei, Patsch. Rechts her, rum, rechts her, rum, Auf, das Bein, Auf, das Bein. Rechts her, rum, rechts her, rum, Auf, das Bein, Patsch. Rechts her, rum, rechts her, rum, Auf, das Bein. Auf das Bein, rechts her, rum, rechts her, rum, auf das Bein, patsch. Brustschlips, rück, auf das Bein, Brustschlips, rück, auf das Bein, rechts her, rum, rechts her, rum, klatsch. Brustschlips, rück, auf, das Bein, Brustschlips, rück, auf, das Bein. Rechtsherr, bumm, rechtsherr, bumm, rechtsherr, bumm, klatsch. Beethoven, klatsch, Beethoven, klatsch. Rechtsherr, bumm, rechtsherr, bumm, rechtsherr, bumm, klatsch. Rechte Hand, linke Hand, rechte Hand, linke Hand, auf, zwei, drei, bata, drei, sitz, zwei, drei, patsch. Das war unser kurzes Tutorial zur Bodypercussion-Begleitung zu Beethovens deutschen Tanz. Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren und Umsetzen der Choreografie. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns natürlich wie immer über ein Feedback. Bis zum nächsten Mal.